herzlich willkommen zu einem neuen tutorial hier auf dem kanal ich werde euch zeigen wie man im prinzip die anfänge macht mit einem video beschnitt programm ich nehme das ganze mal als beispiel an shotcut weil ich das selbst für alle meine videos benutze ich werde euch mal so ein bisschen die grundsachen zeigen die man für dieses programm braucht um videos zu schneiden vielleicht will ja der eine oder andere von euch auch ein bisschen anfangen videos zu schneiden weiß vielleicht noch nicht ganz wie man das macht shotcut ist komplett kostenlos ihr könnt euch downloaden link dazu ist in der video beschreibung ich werde ich hier die website auch noch mal zeigen und zwar sieht ihr so aus einfach shotcut.org dann könnte ich hier direkt klick to download machen und dann öffnet sich immer ein ganz klassisches download interface und dann hat das ganze im prinzip schon man könnte irgendwelche ex-beliebigen dateien öffnen ich nehme jetzt mal erst mal neues projekt so könnt ihr hier zum einen erst mal sagen projekt ordner ja wo soll es gespeichert werden im prinzip oder woher kommt das projekt hier video modus welche auflösung ihr haben wollt dann können natürlich auch noch ein projekt namen einfügen es wird allerdings auch alles automatisch eingestellt das heißt wenn ihr irgendwo ein video hier importiert wenn ich jetzt hier bei meinen unbearbeiteten videos dann könnte es eben halt ins ja reinpacken wird alles automatisch gemacht ja manchmal lag zu müssen vor allem wenn es lest und ihr keine ganz so gute hardware habt und ja wenn ihr jetzt fertig mit dem projekt seid oder es zwischen speichern wollt dann könnt ihr ganz einfach sagen datei speichern unter könnte irgendeinen ex-beliebigen namen eingeben wird es gespeichert und könnt ihr im prinzip immer wieder das öffnen mit allen linien allerdings könntest du zum beispiel nicht zu youtube hochladen und ihr könnt euch ja auch im prinzip nicht richtig an angucken dafür müsste jetzt auf datei exportieren gehen by the way falls das hier nicht ganz so weit aussehen sollte könnt ihr bei ansicht layout hier auf zeitachse beziehungsweise ansicht layout gibt es ja immer verschiedene layouts zum beispiel standard layout wäre so bei euch kann es eventuell ein bisschen anders aussehen als hier bei mir er ist jemand bei jedem unterscheiden beziehungsweise könnt ihr immer mit layout einfach nur hier einstellen verschiedene layouts die es jetzt ausfall gibt gibt zum beispiel noch ein playlist projekt und kann auch noch sagen player einfach als ansicht ich nehme zwei zeitachse projekt allerdings ohne dass ihr seitlich und ohne dass und dann könnte ich hier oben auch noch sagen ich will aufträge daran haben ich will hier das exportieren fenster haben filter will ich drin haben zeitachse ist bei mir jetzt schon drin dann könnte ich einfach wenn er das tatsächlich exportieren wollte also das im prinzip wirklich abschleichen wollte könnte hier auf datei exportieren gehen für gibt es eine menge verschiedene möglichkeiten bei mir ist das zum beispiel was ich immer benutze ich hier h264 weil das ich habe eine amt grafika das heißt bei mir h264 ich weiß nicht wo welche das bei nvidia ist beziehungsweise bei intel das weiß ich nicht genau auf jeden fall sage ich dann immer hier mp4 mein standard datei format und dann könnt ihr es ihnen halt einfach explodieren dauert ein bisschen bis das ganze fertig ist und jetzt allerdings erstmal so zu den gründen prinzipien und zwar wenn man jetzt irgendwo schneiden will man kann auch als erstes zum beispiel sagen auto hier trennen nach einem prinzip der extra extra audio spur die brauche ich jetzt fürs projekt eigentlich nicht können auch hier die spur wieder löschen dann könnte ich hier einfach zum anfang gehen ich oben könnt ihr auch noch genau ich glaube groß sein soll einstellen ändert sich dann eben halt immer wie viel ihr euch anschauen könnt es läuft bei ihr auch flüssiger wenn ihr keine wellenform euch hier anzeigen lässt könnt ihr damit auch audio wellenform entfernen könnt ihr damit im prinzip dann auch etwas flüssiger schneiden ja entweder könnt ihr jetzt mit s als erstes müsst das markieren dann könnt ihr s drücken und dann wird im prinzip ein schnitt gesetzt könnt ihr noch immer s drücken und dann habt ihr einen cut gesetzt alternativ könnt ihr es auch da oben machen könnt ihr so ein schnitt setzen dort ein schnitt setzen könnt ihr das auch weg machen und ja dann gibt es hier oben noch weitere einstellungen zwar ripple zum beispiel nicht überschreiben das einfügen das heißt wenn ich jetzt das weiter schiebe dass das dass das automatisch auch weiter geschoben wird wenn ich das so mache alternativ wenn man das jetzt zum beispiel an hat dann überschneidet sich das nicht beziehungsweise geht immer so rüber das sind wir natürlich teilweise nicht und wenn man das aus hat dann ist es im prinzip fast genau das gleiche dann gibt es auch noch mal genäht beziehungsweise einrasten das bisschen besser im prinzip aneinander tonspuren zum beispiel mehrere spuren habt dass das aneinander haftet dafür ist es ganz gut ich nehme meistens die beiden sachen dann könnt ihr auch noch beim ziehen abspielen sagen das heißt wenn ich hier rüber zieht das ist dann automatisch abgespielt für das auch manchmal ganz praktisch kann auf jeden fall machen und dann kommen wir jetzt zum wahrscheinlich interessanteren teil und zwar wie wendet man jetzt filter an filter ganz einfach gibt es ein extra reiter zu wie gesagt könnt ihr dort oben machen dann könnt ihr jetzt zum beispiel sagen ihr habt zum einen die favoriten habt der audio filter und video filter wenn zum beispiel ein grün hintergrund habt wenn ihr jetzt irgendeinen oder so habt was ich jetzt mal kurz öffnen werde ein ganz klassischer wäre das hier weitere video spur hinzufügen können das da oben drauf schieben und jetzt habt ihr natürlich immer noch den grünen hintergrund wenn den weg haben wollt müsst zum beispiel hier auf chroma key gehen weil der chroma key entscheidet zum beispiel was dann entfernt werden soll weil jetzt ich habe als schlüsselfarbe grün genommen kann ich jetzt auch noch mal hier auf den pinsel gehen will ich jetzt die farbe haben dann wenn ihr ehemals hier so weiter geht könnt ihr einstellen so sieht zum beispiel ist noch ein bisschen grün umso mehr ehemal weg macht umso weniger grün wird es dann auch und so habt ihr im prinzip das ganze dort ohne dass man wirklich viel sieht und so habt ihr ehemals so einen klassischen effekt könnt ihr noch weiter einstellen dann desweiteren gibt es natürlich auch zum beispiel was auch beliebter filter ist so größte position womit ihr dann sagen könnte wie groß das ganze sein soll könnt ihr zum beispiel sagen das soll etwas kleiner sein sieht jetzt zwar komisch aus allerdings das ganze einfach so wenn ihr sagen wollt das soll zwischendurch dann etwas größer werden könnte ich hinten auf schlüsselbilder gehen dann sagt man hier soll es so groß sein allerdings soll es hier ein bisschen kleiner werden man packt es so hin und soll es vielleicht da hinten wieder etwas größer werden und dann können wir das ganze mal abspielen hier von anfang an dann seht ihr so bleibt es auf der größe dann ist hier wird es etwas kleiner auch so als animation im prinzip von da bis da wird es kleiner und danach wird es eben halt wieder größer also kann man aus rein und raus hohe effekte machen geht natürlich auch alles genauso bei audio das war es jetzt eigentlich schon mit dem kurzen tutorial wenn ich noch mal vielleicht genauere sachen machen soll zu startkart schreibt gerne in die kommentare was ich dafür weitere tutorials machen soll ich hoffe es hat euch gefallen schreibt mir gerne feedback in die kommentare und jetzt viel spaß ja bei einem restlichen video vielleicht schaut nachher mit dem stream vorbei vielleicht werde ich noch stream ich weiß nicht genau stehen aber ich denke mal aber schon und jetzt ciao